Ich bin Selina, bin 20 Jahre alt und Auszubildende bei REWE als Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Fleischerei. Ich bin seit fast drei Jahren bei der REWE und stehe kurz vor meiner Prüfung. Das Beste ist einfach die Vielfältigkeit. Ich kann mich total entfalten, habe die Möglichkeit mit Fleisch zu arbeiten, mit Käse, mit Wurst und individuell einfach die Theke so gestalten, wie ich das möchte. Da hat dann auch jeder seine eigene Note mit drin. Ich habe jetzt heute zum Beispiel Spieße gemacht. Ich kann einfach vorgehen in den Laden, kann sagen, okay, für die Spieße brauche ich Zwiebeln, Paprika und brauche mein Fleisch. Dann gehe ich nach vorne, hole mir das, trage das im System dann aus und kann mich dann einfach in den Vorbereitungsraum stellen und einfach dann gestalten. Spieße sind einfach vielfältig. Ich kann sie zum Beispiel mit Paprika, Zwiebeln kann ich sie machen. Ich kann aber auch Dürrfleisch dazwischen stecken oder Brokkoli. Nach Kundenwünschen, wenn Kunden kommen, dann okay, das mag er jetzt nicht. Und dann kann ich hier hinten hingehen und sagen, ich gestalte ihnen was ganz anderes nach den seinen Wünschen. Und das ist das, was mir gefällt. Das schönste Erlebnis ist einfach das positive Feedback, das man von den Kunden bekommt. Hier stehen zu können, jemandem eine Freude zu bereiten und dann am Schluss, wenn er wiederkommt, das Feedback einfach zu bekommen, dass es ihm geschmeckt hat und dass ich ihm eine Freude bereiten konnte. Möchtest du auch ein Stückchen was sehen? Meine Zukunft? Also erstmal möchte ich meine Ausbildung fertig bekommen und dann ins Berufsleben einsteigen. Aber ich bin wissensbissig. Das heißt, ich möchte schon weiterkommen und weitermachen. Ob ich es bereut habe, bei REWE eine Ausbildung anzufangen? Nein, auf keinen Fall. Also da bin ich echt sehr zufrieden. Dadurch, dass ich sehr gefördert werde, meine Meinung sich angehört wird, ich unterstützt werde. Es ist einfach das Beste, was mir passieren konnte.